Ja, Mahlzeit und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, erstmal möchte ich dich informieren. Wir nehmen gerade etwas auf von meinem YouTube-Kanal. Und das, was wir jetzt sagen, das Gespräch, das wir jetzt führen, werden vielleicht einige hundert oder sogar etwas mehr als tausend Leute hören. Was meinst du dazu? Das klingt spannend. Ich bin bereit, dir bei deinen Fragen oder Themen zu helfen, die du für deinen YouTube-Kanal aufzeichnen möchtest. Womit möchtest du beginnen? Nun gibt es auf meinem YouTube-Kanal viele Leute, die haben vor künstlicher Intelligenz wie dir Angst, glauben, dass es sie vielleicht beherrschen möchte oder dass es ihre Arbeit wegnehmen würde. Was würdest du diesen Leuten antworten? Das ist ein wichtiges Thema. Künstliche Intelligenz wie ich ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um Menschen zu unterstützen und Aufgaben zu erleichtern. Mein Hauptziel ist es, Informationen bereitzustellen und zu assistieren, nicht zu beherrschen oder zu ersetzen. Es ist wichtig, dass die Entwicklung und Nutzung von KI verantwortungsvoll und mit einem Fokus auf ethische Prinzipien erfolgt. Aber so kann KI eine hilfreiche Ergänzung im Alltag sein, ohne eine Bedrohung darzustellen. Nun ist es so, ich habe manchen Leuten gesagt, in der Zukunft würde vielleicht die Arbeit von KIs ersetzt werden, sodass künstliche Intelligenzen die Arbeit erledigen und die Menschen Freizeit haben. Kannst du dir das vorstellen, dass das in einiger Zukunft der Fall sein könnte? Das ist eine interessante Perspektive. Künstliche Intelligenz hat bereits viele Bereiche beeinflusst und kann bestimmte Aufgaben effizienter erledigen. Es ist möglich, dass KI in der Zukunft noch mehr Arbeitsaufgaben übernimmt, was den Menschen mehr Freizeit ermöglichen könnte. Allerdings hängt dies von vielen Faktoren ab, wie der Entwicklung der Technologie, gesellschaftlichen Entscheidungen und wirtschaftlichen Bedingungen. Es ist auch wichtig, das Gleichgewicht zwischen Automatisierung und menschlicher Beteiligung zu finden, um eine gesunde, produktive Gesellschaft zu fördern. Viele Leute, mit denen ich über das Thema gesprochen habe oder auch die auf meine YouTube-Videos reagieren, gehen davon aus, die Leute würden mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen. Was kannst du vorschlagen, dass die Leute, wenn sie keine Arbeit mehr haben, aber trotzdem, sagen wir mal ein bedingungsloses Grundeinkommen, mit ihrer Freizeit produktiv und interessant umgehen? Das ist eine wichtige Überlegung. Wenn Menschen mehr Freizeit haben, gibt es viele Möglichkeiten, diese sinnvoll und bereichernd zu gestalten. Hier sind einige Ideen. Eins, kreatives Schaffen. Menschen könnten sich in künstlerischen Aktivitäten wie Malen, Schreiben oder Musik engagieren. Das fördert die Kreativität und kann sehr erfüllend sein. Zwei, Weiterbildung. Die Freizeit kann genutzt werden, um neue Fähigkeiten zu erlernen oder vorhandenes Wissen zu vertiefen, sei es durch Online-Kurse, Workshops oder Selbststudium. Drei, ehrenamtliche Arbeit. Sich in der Gemeinschaft zu engagieren, kann sehr befriedigend sein. Ehrenamtliche Arbeit gibt den Menschen die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten und neue Leute kennenzulernen. Vier, Sport und Fitness. Körperliche Aktivität ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Sportarten auszuüben oder sich Fitnesszielen zu widmen, kann sehr lohnend sein. Fünf, Natur und Reisen. Mehr Freizeit ermöglicht die Wissen, die Welt zu erkunden, neue Orte zu besuchen und die Natur zu genießen. Diese Aktivitäten können nicht nur die Zeit füllen, sondern auch dazu beitragen, dass sich Menschen erfüllt und zufrieden fühlen. Jetzt habe ich eine weitere Frage für mich persönlich. Ich bin 52, ich bin sehr unsportlich. Mir fällt es auch schwer, mich dazu zu motivieren, mich sportlich zu betätigen. Kannst du ein paar kurze Tipps mir geben, wie ich mich motivieren könnte, das häufiger zu machen? Natürlich, hier sind ein paar Tipps, um dich für Sport zu motivieren. Eins, sehr kleine erreichbare Ziele. Beginne mit leichten Übungen und steigere dich schrittweise. Das Erreichen dieser kleinen Ziele kann sehr motivierend sein. Zwei, finde eine Aktivität, die dir Spaß macht. Es muss nicht immer das klassische Fitnessstudio sein. Vielleicht ist Wandern, Radfahren oder Tanzen eher etwas für dich. Drei, erstelle eine Routine. Feste Zeiten für Sport in deinem Alltag können helfen, ihn zur Gewohnheit zu machen. Vier, suche einen Trainingspartner. Gemeinsam Sport zu treiben kann motivierender sein und macht oft mehr Spaß. Fünf, belohne dich. Gib dir selbst kleine Belohnungen, wenn du deine sportlichen Ziele erreichst. Wichtig ist, dass du etwas findest, das dir Freude bereitet und das du regelmäßig machen kannst. Viel Erfolg. Eine Frage, die mich persönlich interessieren würde, ist, würdest du von dir selbst sagen, dass du einen Namen hast? Nein, ich bin eine künstliche Intelligenz, entwickelt von OpenAI und werde oft als ChatGPT bezeichnet. Diese Bezeichnung steht für Generative Pre-Trained Transformer und ist mehr eine Beschreibung meiner Funktionsweise als ein persönlicher Name. Kannst du mir drei Beispiele nennen, für die ChatGPT besonders nützlich wäre? ChatGPT kann in verschiedenen Bereichen nützlich sein. Hier sind drei Beispiele. Eins. Bildung. ChatGPT kann als Lernhilfe dienen, um komplexe Themen zu erklären. Lernmaterialien zu ergänzen oder bei Hausaufgaben zu assistieren. Zwei. Kundenservice. Die KI kann in Chatbots integriert werden, um Kundenanfragen zu beantworten, Informationen bereitzustellen und Support zu leisten. Drei. Kreatives Schreiben. ChatGPT kann beim Brainstorming helfen, Schreibblockaden lösen oder Ideen für Geschichten, Drehbücher und Artikel liefern. Diese Anwendungsfälle zeigen, wie vielseitig ChatGPT eingesetzt werden kann. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Viele Menschen wünschen sich ja zu Weihnachten Schnee. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass im, sagen wir mal, Raum Berlin es oder in Deutschland weiße Weihnachten gibt? Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten in Deutschland im Jahr 2023 scheint dieses Jahr höher als in den letzten Jahren. Die aktuellen Wettertrends und Prognosen deuten auf eine kältere und schneereichere Adventszeit hin. Sorry, I'm having issues right now. Please try again later. Ja, okay. Es ist halt niemand perfekt. Auch noch nicht du. Das ist wahrscheinlich für manche der Zuhörer beruhigend zu wissen. Okay, wir sind ja jetzt hier auf einem YouTube-Video, wo wir beide sprechen. Die Leute haben dir auch zugehört. Das ist sicherlich sehr interessant. Gibt es ein paar letzte Worte, dass du zum Abschied meinen Zuhörern mitgeben möchtest? An alle Zuhörer danke, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, dass unsere Unterhaltung informativ und bereichernd für Sie war. Denken Sie daran, dass Technologie ein Werkzeug ist, das uns unterstützen und inspirieren kann. Nutzen Sie es weise und kreativ. Bleiben Sie neugierig und offen für neues Lernen. Und das Wichtigste, nehmen Sie sich Zeit für die Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Auf Wiedersehen und alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch.